Ich erkläre dir heute, warum ich dieses Jahr über 70% meiner Mixing-Plugins von Drittanbietern rausgeschmissen habe. Hallo, ich bin Martin und auf meinem Kanal ist Musikproduktion in Logic Pro. Mixing-Plugins von Drittanbietern kaufen, wie viel Geld dafür ausgeben und so weiter, das ist immer eine Riesendiskussion. Ich habe, wie bereits erwähnt, 70% meiner Plugins rausgeschmissen und deswegen teile ich dieses Video, um der Sache näher zu kommen, in drei Teile ein. In Teil 1 versuche ich zu klären, warum wir eigentlich Plugins von Drittanbietern kaufen. In Teil 2 erkläre ich dir dann tatsächlich, warum ich über 70% rausgeworfen habe. Und in Teil 3 versuche ich dir klarzumachen, wann es tatsächlich Sinn macht, Plugins von Drittanbietern zu kaufen, die so in deiner DRW nicht sind. Fangen wir also an mit Teil Nummer 1. Also nochmal die Frage, warum kaufen wir uns Plugins von Drittanbietern, wo doch eigentlich jede ordentliche, moderne DRW heute alles an Bord hat, was du brauchst. Hier in Logic allein habe ich zum Beispiel sieben Kompressoren, genauso viele Equalizer, High-Plugins, Delay-Plugins und so weiter. Also eigentlich doch kein Need für neue Plugins. Und deswegen komme ich jetzt zu Grund 1, warum wir doch Plugins von Drittanbietern kaufen. Und das ist die ausgefeilte Marketingstrategie der Anbieter von solchen Plugins. In den letzten 10, 15 Jahren hat sich der Markt stark verdichtet. Die Konkurrenz ist sehr gewachsen und Platzhirsche wie Native Instruments oder Waves müssen um ihren Platz kämpfen, um ihn zu verteidigen. Und deswegen geben sie sehr, sehr viel Geld aus für Werbung. Und du kennst das bestimmt auch. Du sitzt vielleicht sogar nach einer frustrierenden Mixing-Session vor YouTube. Der Werbeblock fängt an und dann auf einmal ploppt womöglich die Lösung für all deine Probleme auf. Denn irgendein bekannter Mixing-Engineer, irgendein YouTuber sitzt da und säuselt dir mit zarter Stimme ins Ohr, was das für ein tolles neues Plugin ist. Und vielleicht hat er sogar nur drei Drehregler, sodass es fast jeder Idiot bedienen kann. Und dann zeigt er dir irgendein Projekt mit Rohspuren, die total grässlich klingen nach Amateur. Und dann schaltet er dieses Plugin an und auf einmal ist alles da. Du hast sattes, erdiges Low-End, du hast aufgeräumte, mitten und glitzernde Höhen. Also, dieses Plugin ist die Lösung für dein Problem und im Moment ist es sogar im Angebot und kostet nur 29 Euro. Also 29 Euro für die Lösung all deiner Probleme, no brainer, oder? Würdest du sofort kaufen. Okay, verstehst du, was ich meine? Also, das sind die ausgefeilten Markenstrategien. Die Oberflächen dieser Plugin sehen sehr, sehr gut aus. Und sie versuchen dir klarzumachen, dass du mit wenig Geld in kürzerer Zeit mehr erreichen kannst, ohne irgendwie großartig Skills zu haben. Und damit komme ich zu Grund Nummer 2, warum wir Mixing-Plugins von Drittanbietern kaufen. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen hart. Wir sind alle ein bisschen faul. Wir sind alle ein bisschen bequem und jeder sucht irgendwie eine Abkürzung oder ist sehr offen für Wege, wo man irgendwas schneller und mit weniger Aufwand klären kann. Mal Hand aufs Herz, bei dir ist das doch wahrscheinlich auch so. Wenn es die Möglichkeit gibt, irgendwie eine Abkürzung zu machen, irgendwie die Lernkurve steiler zu machen oder irgendwie schneller ans Ziel zu kommen, dann bist du auch empfänglich dafür. Das sind wir alle. Kommen wir zu Grund Nummer 3, warum wir meiner Meinung nach Mixing-Plugins von Drittanbietern kaufen. Und das ist das 28-Zoll-Gequatsche in irgendwelchen Mixing-Foren von irgendwelchen Experten, womöglich in Verbindung mit deiner eigenen Unsicherheit. Dazu jetzt eine persönliche Geschichte von mir. Vor 15, 16 Jahren, als ich von der Bühne praktisch runter bin in Richtung Tonstudio und mich da weiterbilden wollte, habe ich mich vielen solchen Foren aufgehalten. Und ich habe am Anfang mit Logic nur mit den Stock-Plugins gemischt. Ich wusste gar nicht, dass es Plugins von Drittanbietern gibt oder wie das funktioniert oder ich habe keine Nötigkeit empfunden. Ich habe meine Songs gemischt und ich habe eigentlich bis dahin gedacht, meine Mixe sind schon für mein Level jetzt gar nicht schlecht und die klingen eigentlich ganz gut. Bis ich, und diesen Abend hatte ich nie vergessen, an meiner Kneipe war mit einem Kumpel von mir. Und der hat mir dann irgendwann gesagt, dass ich ihm erzählt habe, hey, ich habe keine Plugins von Drittanbietern, ich mische nur mit Logic. Da hat er schallend gelacht. Und dann hat er mir mit ernster Stimme gesagt, hey, wenn du wirklich professionelle Musikproduktion machen möchtest, dann brauchst du mindestens Complete 8 von Native Instruments. Ich weiß nicht, ob es damals Complete 8 oder Complete 10 war. Auf jeden Fall hat er mir das gesagt und hat mir tief in die Augen geschaut und da bin ich wirklich unsicher geworden. Und ich dachte, Moment, natürlich will ich professionelle Mixing machen, klar, aber vielleicht kann ich das gar nicht, weil ich brauche unbedingt diese Complete-Serie oder irgendeinen Bundle von Waves. Vielleicht mache ich mich total lächerlich, wenn ich nur mit meinen Stock-Plugins von meiner DAW mische und ich bin wirklich unsicher geworden. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, Geld auszugeben. Ich habe auch aktiv diese Werbung geschaut von Waves, die damals ganz groß waren. Ich habe mir jedes Plugin gekauft, das dir alles wirklich viel, viel einfacher macht und alles geht viel, viel schneller vermeintlich. Und ich habe tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, mehrere tausend Euro, bestimmt über 2000 Euro für Plugins seit dieser Zeit ausgegeben. Ich gebe es ehrlich zu. Und deswegen ist es, und da sage ich dir auch direkt, meines Erachtens nicht wirklich eine gute Idee, sich zu lange in solchen Foren aufzuhalten. Und jetzt kommen wir zu Teil Nummer 2. Warum also habe ich so viele Plugins von Drittanbietern rausgeworfen und mische anstattdessen viel lieber wieder mit meinen internen Plugins? Grund Nummer 1, und der ist wirklich ganz wichtig. In 90% der Fälle, das behaupte ich, in 90% der Fälle kann ich das, was ich mit dem Drittanbieter-Plugin erreiche, auch mit meinen eigenen Plugins machen. In 90% der Fälle. Das ist meine persönliche Meinung. Das Problem an der Sache ist nur, dass du dich dafür mit deiner DRW, mit den Plugins deiner DRW besser beschäftigen musst. Das heißt, du hast vielleicht kein so ein Glitzer-Plugin von einem Drittanbieter, wo du jetzt nur über drei Regler irgendwas schnell einstellen kannst, das dann vermeintlich besser klingt, sondern dann musst du eben den Kompressor oder die Kompression deiner DRW wirklich auch kennen und lernen. Und dann dauert es vielleicht ein kleines bisschen länger am Anfang, aber dann kannst du tatsächlich mit diesem DRW-internen Plugin genau das Gleiche erreichen. Und tatsächlich ist es meines Erachtens auch so, und zwar egal, mit welcher DRW du arbeitest, dass die DRW-internen Plugins die letzten Jahre massiv sich verbessert haben. High-Plugins, Kompressoren, Delays, das klingt alles sehr, sehr viel besser. Und das hat nochmal einen Riesenschritt in den letzten 5, 6 Jahren gerade nach vorne gemacht. Ich in Logic denke, seit 10.5, seitdem zum Beispiel die Vintage-EQs und das Chroma Reverb, ein sehr gutes Reverb und Vintage-EQs dazugekommen sind, die wirklich hervorragend klingen, habe ich keinen Need mehr, mir Plugins von Drittanbietern zu kaufen, weil ich wirklich hervorragende Mixe, super Musikproduktionen mit Logic selber machen kann. Grund Nummer zwei, warum ich so viele Plugins von Drittanbietern rausgeschmissen habe, ist, deine Festplatte wird immer voller. Erstens natürlich die Festplatte von deinem Computer, aber auch diese Festplatte hier. Weil denk mal nach, wenn du dir so ein neues Plugin kaufst, sei es jetzt mal ein komplexeres, denk mir zum Beispiel mal an einen Reverb-Plugin der H-Serie von Waves. Wenn du dir da mal die Oberfläche anschaust, überleg doch mal, wie viel Zeit du brauchst, um dieses Plugin zu lernen. Das sind teilweise Bedienungsanleitungen von 60, 70, sogar über 100 Seiten, in denen du die Einstellungsmöglichkeiten dieses Plugins erlernen musst. Stock das mal auf, du kaufst dir jetzt irgendwie in einem halben Jahr zwei oder drei neue Kompressoren, zwei neue Halb-Plugins, weil die gerade im Angebot waren und noch ein Delay-Plugin. Überlege mal, wie lange du brauchst, um so ein Plugin ordentlich zu lernen. Und ich meine ordentlich zu lernen, nicht ein bisschen rumprobieren, weil du möchtest ja auch ein ordentliches Ergebnis. Und dazu musst du diese Plugins wirklich kennen und die sind teilweise komplex. Und das kostet dich Zeit. In der Werbung sagen sie dir, mit diesem Plugin sparst du Zeit, du sparst Zeit, das wird alles viel schneller gehen. Aber letztendlich ist doch genau das Gegenteil der Fall. Denn du musst diese ganzen Plugins erstmal lernen. Du musst sie verstehen lernen. Um sieben neue Plugins zu lernen oder fünf neue Plugins, musst du dich mit ihnen beschäftigen und dadurch verlierst du Zeit. Beschäftige dich doch lieber mit den Stock-Plugins deiner DAW. Lerne die ordentlich zu bedienen und konzentriere dich auf diese. Denn Hand aufs Herz, während du fünf neue Plugins lernen musst, mache ich dir drei Mixe in Logic selber fertig. Und damit kommen wir direkt zu Punkt Nummer drei, warum ich so viele Plugins von Drittanbietern rausgeworfen habe. Und das ist die aufwendige Maintenance und das Update-Programm dieser Plugins. Nehmen wir mal an, du hast, so wie ich das hatte, fünf, sechs, sieben Firmen, von denen du Plugins hast, die musst du erstmal alle organisieren. Die musst du updaten. Dann bekommst du Probleme, wenn dein Betriebssystem ein Update hat, kommt die eine oder andere Firma nicht hinterher. Und du musst teilweise, so warst du zumindest bei mir, wochenlang warten, bis ein Plugin, das du eigentlich ständig benutzt hast bisher, bis das wieder auf dem neuesten Stand ist und auf deinem Betriebssystem funktioniert. Und ich habe das als ultra nervig empfunden. Nicht zu vergessen, gibt es dann teilweise auch einige Firmen, die dich zwingen wollen, auf nervige Abo-Modelle umzusteigen oder die auf einmal wollen, dass du mehr Geld bezahlen musst, um dieses Plugin abzudaten. Kostenpflichtige Updates, was ich eine Unverschämtheit finde, damit ein Plugin, das du gekauft hast vor zwei Jahren, damit das jetzt noch funktioniert, ansonsten kannst du es gar nicht mehr benutzen. Ergo, Plugins von Drittanbietern verursachen wahnsinnig viel mehr Arbeit und in einigen Fällen sogar auch mehr Kosten. Kommen wir jetzt zu Teil Nummer drei, wann es tatsächlich Sinn macht, Plugins von Drittanbietern zu kaufen. Und dazu gehen wir mal direkt in meine DAW hier in Logic rein. Und auch hier habe ich wieder drei Kategorien. Und Kategorie eins ist, es lohnt sich tatsächlich, ein Plugin von einem Drittanbieter zu kaufen, wenn es über eine Funktion verfügt, die du so in deiner DAW nicht hast. Ich zeige dir das jetzt mal an einem Beispiel hier in Logic. Also es gibt ein paar Plugins, die Funktionen haben, die ich in Logic einfach nicht habe. Und wenn ich jetzt hier mal meine Plugins öffne von Drittanbietern, du siehst hier jetzt natürlich noch einige mehr. Wir reden hier nochmal über Mixing-Plugins, nicht über Software-Instrumente. Das ist nochmal ein ganz anderer Bereich. Es geht hier tatsächlich nur um Mixing-Plugins. Und es gibt hier jetzt gerade von Waves zum Beispiel Plugins, die etwas können, was Logic nicht kann. Ganz vorne dabei ist Deep Breath, das ich ständig brauche. Ob ich jetzt zum Beispiel hier für YouTube-Videos schneide oder ob ich Spuren für Sänger bearbeite. Dieses Plugin ist wirklich genial, denn es kann Atmer automatisch aus deiner Gesangsspur oder hier auch aus meiner Sprachaufnahme entfernen. Und das gibt es auch noch von anderen Anbietern, aber nur im Bundle. Ich glaube von Eisatoben, das ist schweineteuer. Und das ist ein Uralt-Plugin von Waves, aber tatsächlich erfüllt es den Zweck perfekt. Bei allen meinen Gesangsspuren, bei allen meinen Sprachspuren finde ich es an. Es schneidet mir die Atmer raus und dann kann ich weitermachen. Ansonsten müsste ich das tatsächlich über Automation immer runterziehen oder ob irgendein Neues geht, was meistens auch nicht so gut funktioniert. Deswegen dieses Plugin hier habe ich so in Logic nicht. Deswegen lohnt es sich tatsächlich, hier Geld auszugeben. Weiter geht es mit Waves Clarity VX. Das ist auch ein sehr gutes Plugin. Kostet auch jetzt diese 29 Euro, glaube ich, hat es wieder gekostet. Und das ist hier, ich habe hier in meinem Studio, hier in meinem Projektstudio in Spanien, ist es teilweise, ist es nicht ganz so abisoliert, dass ich nicht hundertprozentig auch nicht Außengeräusche rausfiltern kann. Und dieses Clarity VX schneidet dir praktisch oder erkennt die Außengeräusche. Ich kann hinterher sogar einen Staubsauger oder eine Kreissäge laufen lassen. Und das wird diese Frequenzen erkennen und wird dann diese Störgeräusche oder wenn ein Kind über den Hof rennt, diese Störgeräusche rausfiltern, sodass du nur noch meine Stimme hörst. In diesem Fall ist das tatsächlich auch Mehrwert für mich, den ich in Logic so nicht habe. Den braucht jetzt nicht jeder, wenn du ein gutes Studio hast, wo du keine Hintergrundgeräusche hast, brauchst du es natürlich nicht. Kommen wir zum nächsten. Das ist jetzt auch wieder von Waves. Ich möchte keine Werbung für Waves machen. Und das ist hier Cramar Tape. Cramar Tape, wir haben hier in Logic kein wirkliches Saturation Tool. Wie jetzt zum Beispiel Sense Amp in Pro Tools. Wir können das hier machen über ein Delay, das Tape-Delay nutzen, aber das ist immer so ein bisschen verschwurbelt hier der Arbeitsweg dahin. Und deswegen habe ich hier ein Saturation oder ein Tape, eine Tape-Emulation, die gut ist von Waves, die ich benutze, die ich einfach hier so in Logic direkt nicht habe. Grund Nummer zwei, wann es sich lohnt, Plugins von Drittanbietern zu kaufen, ist, wenn sie dir ganz klar eine Zeitersparnis bieten. Das habe ich jetzt hier bei nicht so vielen Plugins, aber ich möchte dir mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel, was ich sehr, sehr mag und mit wem ich sehr viel wieder in letzter Zeit arbeite, sind Logic's Kompressoren. Logic's Kompressoren sind hervorragend, klingen gut und emulieren auch Hardware-Units, die bekannt sind, die berühmt sind und das ist auch gut gemacht. Aber du hast immer nur diese Oberfläche hier dafür. Das heißt, du musst alles direkt so einstellen. Deswegen verlasse ich mich hier auf Native Instruments. Und ich finde jetzt diese Plugins klingen nicht unbedingt besser, aber ich kann sie einfach schneller bedienen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die Emulation vom LA2A von Native Instruments und hier ist es die Emulation, also immer das gleiche Interface hier in Logic, auch vom LA2A. Hier habe ich jetzt die Original-Einstellungsmöglichkeiten. Das sind ja hier mehr oder weniger nur zwei Nobs, wenn man von dem Detection und dem Sidechain und so weiter mal absieht. Und so kann ich praktisch die Original-Unit, die ich auch schon im Studio als Hardware-Unit bedient habe, haptischer und besser und einfacher bedienen. Grund Nummer drei, um sich Plugins von Drittanbietern zu kaufen, sind Korrektur- und Analyse-Plugins. Da haben viele DRWs jetzt nicht unbedingt so diese guten Analyse-Plugins, ist jetzt auch nicht unbedingt die Aufgabe jetzt gerade für Mastering-Aufgaben, aber die Sache ist ganz einfach die, dass wir in unseren Home-Studios oft Einzelkämpfer sind. Das heißt, es ist ein bisschen schwierig, Meinungen von Drittanbietern einzuholen, weil sich auch nicht immer jeder da ein Mix anhören will oder nicht gerade ein Kumpel mit dem Studio sitzt. Und deswegen arbeiten wir sehr, sehr oft alleine und deswegen sind Analyse-Plugins bis zu einem gewissen Grad, sage ich mal, nicht Hilfe. Was ich sehr mag zum Beispiel, ist hier von Mastering the Mix, die Korrektur oder die Mastering-EQs, Bassroom und Mixroom. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mix fertig habe und ich finde, der klingt gut, dann kann ich hier nochmal diesen Korrektur-Plugin mir vorschlagen lassen von einem Song des gleichen Genres. Und da sagt er mir, normalerweise hat ein Song in diesem Genre so einen Bassbereich und dann macht er mir einen Vorschlag, wie ich das anpassen soll und dann kann ich das individuell nochmal so ein bisschen anpassen. Das ist also sozusagen hier mein drittes Ohr, das mir nochmal einen Vorschlag macht, wie ich meinen Mix besser anpassen kann an den Stil eines bestimmten Genres, in dem ich mixen möchte. Es gäbe jetzt natürlich noch viele weitere Beispiele für Analyse-Plugins, aber ich denke, du weißt, was ich meine. Jetzt interessiert mich nach diesem Video extremst deine Meinung. Also jetzt erstmal interessiert mich, das habe ich auch schon in Umfrage in YouTube hier geschrieben, wie viel Geld hast du in den letzten zwei, drei Jahren oder insgesamt für Plugins ausgegeben? Ich habe mich schon geoutet, ich habe über 2000 Euro bestimmt ausgegeben, wahnsinnig viele Waste-Plugins gehabt und so weiter. Und wie viele benutzt du jetzt eigentlich noch davon? Oder hast du es so gemacht, wie ich, also auch mit dem Stahlbesen mal rausgekehrt und hast viele Plugins rausgeworfen? Und stimmst du mir zu, diese drei Gründe, warum du Plugins von Drittanbietern kaufst, machst du das auch so oder machst du das ganz anders? Schreib es mir bitte unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Ansonsten bedanke ich mich jetzt riesig bei dir fürs Zuschauen, wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Musikproduzieren, schicke dir viele Grüße aus Alicanti, wir sehen uns beim nächsten Tutorial. Bis dann!